die mine muss auf jeden fall was machen das hat er echt gut beschissen geklappt das ist das problem wenn man sich darauf verlässt dass man einfach überlegen ist naja geht tatsächlich ich hatte auch keine ich hatte auch wirklich keine möglichkeit zum angreifen wenn ich ehrlich bin lauf doch mal du arsch dieses blöde maul auf dem pfeil halten von dem immer das ist schon ein bisschen nervig so nicht ein kesseln lassen wieder und das spiel auch ständig leckte es auch nicht hilfreich ein bisschen geld kriege ich ist aber nicht wirklich effizient ich glaube ich habe auch immer die türme verwendet wenn ich mich recht entsinne weil ich es einfach besser fand ich möchte noch mal erwähnt das spiel ist eigentlich nicht mehr für die neueren rechner geeignet darum ist es auch nicht so leicht das zum laufen zu kriegen und wenn ich meine hand von mund habe versteht ihr besonders gut das spiel ist eigentlich nicht mehr für neue rechner geeignet glaube ich und deshalb leckt das wahrscheinlich auch ein bisschen da kriege ich nicht viel raus ein hammer nach ok die stehen einfach nur so herum weil sie es können ich muss die mina dringend ausbauen minenproduktion 15 genau deshalb muss die mina verbessert werden und hier kriegen wir schon langsam probleme mit angegriffen während wäre dick nach mit hilfe des turms ab kann man machen der vorteil ist wenn je mehr von denen aufeinander sind umso schlimmer wird das ist der nachteil in hunden und ich kann auch den hinteren bereich nicht verteidigen das muss jetzt ausgebaut werden jetzt pro minute aber auch gleich geschafft das ist gut muss dass es so gut geht es ist uns gelungen angriff auf das viertel abzuwehren ich bin mir sicher dass es nicht der letzte war letzte seite groß geschrieben wir müssen bei angriff wir müssen die türme in allen viertel verstärken und sie gegen angriffe zu schützen aber immer noch nicht genug ja alles gut deshalb wollte ich da weg ich habe irgendwie schon gesehen dass das passieren wird nicht mehr viel dann kriege ich die auch mit einem schlag weg das wäre super ich kann mir erstmal hoch box die orks werden eigentlich auch gar nicht erwähnt oder er hat gerade wieder nichts gemacht einfach lauf ja auch für dem scheiß und schlag einfach noch mal zu ja okay ich wollte sagen das war ich aber nicht weiße krieger warte hilf uns ein angriff zurückgeschlagen gemein sie können wir sie bestimmt besiegen dagegen heute immer näher ich will aber eigentlich gar nicht das sind bestimmt wieder unsäglich viele klar vage warum auch nicht super viel besser aber wenigstens habe ich überlebt schießt doch ihr idioten oh gott der sieht böse aus der macht doch böse schaden lauf schießt mit auf den pfeilen ja okay okay dann haben wir auch klappt gemacht mit bogenschützen sieht das schon wesentlich besser aus die soldaten waren auch gut und da brauche ich einfach nur die gegner ein bisschen ablenken und schon läuft der hase zumindest unterstützen die halt besser als die nahkämpfer hähne werden wahrscheinlich gefressen schön für die hähne mir bringt das nichts obwohl wenn hühner noch da sind ist das auch nicht schlecht los und nach der aufnahme werde ich dann erstmal rendern müssen damit die folgen heute die erste folge heute noch rauskommt die runde sind nicht mehr so schlimm die waage kriegen auch ganz gut hin würde ich nicht art logisch machen aber auch egal also könnte ich mir eigentlich eine zweite mine organisieren brauche ich tatsächlich noch mehr grad als das geld das ist der jahrmarkt sein oder ja markt das war ordentlich so mine und turm turm wahrscheinlich im norden mine im osten schätze ich einfach mal und schlag es geht schlag auf schlag und ein so mag ich das wenn es läuft ok der turm ist im osten ich brauche dringend diese minen zu einem versteck sag ich auch nicht nein drecks hunde ich halte zwar mehr aus aber ich muss trotzdem aufpassen ich bin nicht unbesiegbar vor allem wenn der typ wieder nicht zuschlägt ja immer noch schatztruhen level 1 ich habe viel zu früh gespielt aber wie gesagt ich hasse ist wenn man wenn ich truhen nicht öffnen kann das scheint sie auch nicht zu geben aber 3000 ich könnte jetzt tatsächlich genug haben um die mine auszubauen wenn ich glück habe was ich echt begrüßen würde auch wenn er die gefahr steigt habe ich schon erwähnt ich brauche eigentlich die rohstoffe da würde ich mir tatsächlich dazu zu den zu der balliste ein katapult gönnen und dann zeige ich euch bei irgendeinem mal die bogenschützen wie kacke die eigentlich sind aber ist ja auch egal wenn ich mich recht entsinne muss ich dann einfach nur switchen zwischen den waffen das ist einfach nur nichts ziegen werden auch am leben gelassen wie es scheint 600 ok und ich habe 80 das heißt ich könnte mir die mine erhöhte gefahr damit dass ich nicht lache das ist ganz schön teuer ich sollte ich erst mal mein geld verwenden meister der schmerzen klingt doch gar nicht so schlecht so bis 15 würdest du weniger ach steigert einfach nur die rüstung wie nett das kann ich das noch steigern als jetzt ist der schaden schon ordentlich muss ich sagen 13 es ist einfach die erfahrung die ich habe mit dem ding ich bin einfach mal die mine bitte was 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 ich habe gerade nicht das problem der sich zum zuschlagen kommt teilweise ach komm schon das ist gerade echt ein bisschen scheiße ich heile gar nicht so schnell wie ich das super das meinte ich der ist wieder stehen geblieben und dann war es gut ab habe ich die rohstoffe noch gut da brauche ich lieber die mine erst mal hier oder beziehungsweise baum erstmal den turm das ist wichtiger ich muss viel stärker muss viel mehr stärker und das zu machen also das war ja wirklich ein witz ich kann halt nicht so schnell angreifen wie es müsste vor allem wenn das so geht ich habe mich das gefühl die gegner bewegen sich trotzdem noch weiter so wie in super mario land 1 wenn das spiel plötzlich mal kurz geleckt hat während du am springen war es die welt bewegt sich ganz normal weiter aber aber du nicht deine sprungkraft wird abgebaut aber du bewegst dich halt nicht ich nervte auch ein bisschen dass sie ihn trotzdem ganz oft erwischen das spiel ist nicht auch ausgelegt so viele das ist ich finde es echt komisch das bessere rechner schlechter sind manchmal warum ich da komme ich gar nicht ran was für eine verarsche ich kann abwehren ok so kann ich angreifen interessant das wusste ich auch nicht mehr das heißt ich kann die dinger ja auch ja los klack das lager aus menschen ok einer fehlt noch mit man läuft ok wer ist nicht eigentlich viel logischer wenn der wenn diese wachen die wir hier gesehen haben wenn wir uns einfach so helfen wird noch nicht einfach nur einmal durch rennen und gutes macht doch viel mehr sein also wenn zombies auf der erde sind sollte man versuchen so viel wie möglich und so am sichersten wie möglich zu entsorgen quasi so wieder eine balliste dass die jahren ruhe arbeiten ich glaube mal hier drinnen was das schon ja das hilft auf jeden fall macht gut fortschritte muss ich sagen in der anderthalb stunden jetzt ich hoffe nur das spiel speichert eine machen wir noch kurz gibt es ja eigentlich auch eine mina ohne schenke 21 prozent ist halt schon viel ab hier werde ich dann tatsächlich den schwächeren tonnen habe ich hier die mine jetzt schon gebaut nein geht er gut los und alle abschlachten meister ich bin der meister der schmerzen wahrscheinlich schon schön wie einfach nur im weg steht ich muss wieder mal ausarbeiten weil sonst leckt noch mehr fert Glassche Wir Gusen oh wir haben das leck hauen aber das ist nicht so schlimm bist doch tot oder dann sorg mal dafür lassen arbeiter ich habe mich auch gerade schon gesagt habe ich schon mal hier war der typ läuft ja schon wieder als wäre besoffen das beste an so einer katastrophe ist du kannst immer plündern und niemand stürzt ich frage mich gerade trage ich die rüstung überhaupt tatsächlich absicht man gott da wollte ich schon wieder nicht laufen der peter so ein paar opfer gnomotan ist echt praktisch lauf so haben wir jetzt endlich seine mine muss ja eigentlich leicht zu verteidigen sein aber vielleicht ja auch nicht es gibt auch zwei sich gerade weg wie das leckt das das ist nicht die aufnahme es ist wirklich das spiel keine ahnung wo der letzte ist wir werden ihn finden ja 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 ein bisschen an früher das hede krim es kann aber nicht sein dass ich hier noch nicht war also bitte kann ich mir zumindest jetzt nicht vorstellen dass ich hier noch nicht war wenn edelmann der ich bin habe ich ihm direkt in den rücken geschlagen ok dann umgeht kriegt einfach wochen nicht ich verstehe es halt einfach auch nicht dass die leute sich nicht zur wehr setzen richtig es gibt auch soldaten so haben wir die schenke habe ich noch was zum plündern nicht so aus schenke ich habe doch die schenke hier was machst du da das hat ihn gerade tatsächlich immer wieder von der weggeglitscht ich bin nicht gelaufen er läuft auch gerade nicht gleich mal schauen ob ich die rüstung auch wirklich habe haben wir es jetzt endlich okay oben das ist schon mal schön auf nach hause meister der schmerzen tatsächlich und warte mal kann der die produktion erhöhen hier gibt es auf jeden Fall ein angriff das ist aber egal durchschnittlich sturmangriff sturmangriff ich habe gedacht das ist eine armbrust ich habe gedacht er gibt mir die bolzeln schaden 30 schaden 8 ich glaube ich konnte auch noch tief die mit gift tränken später ist auch angelegt gut gefahr 32 prozent und die haben eine gefahr von 26 prozent trotzdem kein angriff bekommen machen wir schnell das geht ja schnell und brief wie geld da 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 Vorräte gibt es auch ganz gut. Könnte ich jetzt machen. Arbeiterviertel. Könnte ich auch hier machen. Da könnte ich mich da versuchen, die Miene zu verbessern. Miene werden wir nicht schaffen, das weiß ich. Kommt, ich gönne mir hier noch ein Katapult. Oh, muss ich das auch machen? Ach, dann schlagt man die Schlacht jetzt auch noch schnell. Okay. Wäre es nicht sinnvoll, dass ihr schießt? Ihr habt doch eine Balliste dafür. Da ist ja nicht vorher auch einfach ein Tor bauen. So eine fixe Idee von mir gerade. Das Tor wird so nebenbei gebaut. Das muss man nicht separat bauen. Ich lasse das jetzt. Ich lasse es auf jeden Fall rennen und ich muss dringend was essen. Ich habe so Hunger. Ich lasse es. also das war der zwischen mit ihm für heute bis zum nächsten mal weil ich meine hier ist die gefahr schon echt hoch muss ich sagen da soll ich dann vielleicht auch mal einen weiteren turm bauen kriege ich hier wenigstens schon minus auf dem war habe ich auch plus fünf hier und hier habe ich plus plus acht das ist echt gefährlich man muss einfach neue turm hin bis zum nächsten mal bei leute